Und hier mal 10 Freispiele Magic Tree. Ein paar mehr dürfen ruhig sein. Na Wahnsinn, das hat ja wieder richtige Schaft hier heute. So, mal schauen, was wir hier gerade an können. Schon mal eine Verlängerung. Drei, sehr schön. Drei, sehr schön. Drei, sehr schön. Drei, sehr schön. ja noch mal vier oh es kommt schon und Nummer 20 bleibt dabei 103 und wir schauen mal hier rein 15 freispiele Arschluss Oh, das ist richtig nah kommt aber hoch die Kinder mehr hier jetzt denn so Alter Ja, ich ruch zaheit. Und dann haben wir Blattstatt schon wieder. Tja, er hat ruhig die Ruhmarmgeld. Geizkragen. Und wir schauen mal hier rein. Sehr schön. Glickens. Oh, nun nach vorne. Jawohl. So, jetzt wäre ein paar Siemer nicht schlecht. Und eine Runde doppel hoch. Okay. 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 immer die falsche richtung auch dann und müsste aber lange oder klappen ja keine chance so schnell sind wir in den attacken verschwunden einmal nichts schade schade und hier mal 15 falsche spiele so 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 und da macht er schon wieder feierabend 123 los hoch mit dir ach man ey 100 und da wollen wir hin loppi loppi so schauen wir doch mal hier rein mit chipdoblos nicht zu fülle mit chipdoblos nicht zu fülle und da ist es auch noch nicht zu fülle und da ist es auch noch nicht zu fülle so 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 Was ist das? Das sieht schon freundlicher aus. Und Nummer 10. Das ist schon besser, 590 Euro, super. Und hier gibt es mal drei Lampen. Genie's Wonderlamp, 4 Euro, los geht's. Da, du kommst schon, los. String dich an, wir brauchen Lampen. Oh, auf dem letzten, knapp, knapp, aber gut. Noch nicht vorbei. Okay. 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 Um, wow. Oh Sache ist denn leider ne Lampe? Oh schade Tja, beim nächsten Mal sollten wir ein bisschen weiter kommen Und hier mal 12 Fallspiele, los geht's Wetter, 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 los sind jetzt noch Jawohl, schon mal was Oh, ob wir hier mal irgendwann Vollbild ergattern können Ei, 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 ei Und die Nummer 12 Und die Nummer 12 So, schauen wir mal was das hier ent 4 Euro Ui, gleich 2 Ganz selten in Bild geworden Sehr schön Sehr schön Philipp Vier Vier Stich Vier Verrück Vier 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 Das ist alles, nichts zu sein Wo все ств Vier 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 Oh, es kommt schon. So, dann schauen wir mal, was er bei I3 genau macht. Einmal nix, zweimal nix, bleibt dabei 312 und mal 10 Preispiele Captain Stark und vielleicht noch eine Runde dazu, 4 Stück, sehr schön. 25 Augenblick. 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 mal los, ich muss so ein bisschen überbringen hier mal los, ich muss so ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDFH Und hier war eine Runde Rittenlands x2 mit 10 Stück und los geht's. Und hier war eine Runde Ritten. Und hier war eine Runde Ritten. Und hier war eine Runde Ritten. Hättet nicht mal was vernünftig sein können. Den mit dem komischen Bart hatten wir lange nicht. Und hier war eine Runde Ritten. Komm schon, streng die mal ein bisschen an. So wird nichts. Pia. Das ist ja richtig wild hier.